das tropical island hat diverse restaurants und bars es gibt hier sowohl selbstbedienungsrestaurants buffet restaurants dann gibt es bereiche wo man sich einfach so sein eis ziehen kann beziehungsweise auch sein quascheis kaffee etc hier im bild gerade die palm beach an der südsee ein bereich hier zu sehen ist kann für tagung und zur bewirtung reserviert und genutzt werden hier ist die selbstbedienungsbar für frozen yoghurt quascheis kaffee etc hier ist aus dem dschungelkommel und ein sehr schöner blick über den größten erstens bereich des tropical islands wenn euch dieses video gefallen hat freue ich mich über einen daumen hoch ein abo meines kanals und vergesst nicht die glocke ja